Es ist soweit, die neue Contao-Version 5.4 wurde veröffentlicht. In diesem Video sehen wir uns wie gewohnt die wichtigsten Neuerungen an. Zunächst werfen wir natürlich erst einen Blick auf den Release-Plan. Mit dem Release von Contao 5.4 gibt es derzeit drei aktiv gewartete Contao-Versionen. Das heißt, du kannst Contao 4.13 LTS, Contao 5.3 oder eben jetzt die neue Contao 5.4 einsetzen, welche derzeit aktiv mit Bugfixes versorgt werden. Starten wir nun mit den Neuerungen für Contao 5.4. Die wohl mit Abstand auffälligste Änderungen bei Contao 5.4 sind die neuen Lucid-Icons im Backend. Da die bisherigen Icons eine Mischung aus eigententworfenen Symbolen und veraltenden Freezer-Symbolen waren, war es nun an der Zeit, neue, konsistente Icons zu verwenden. Das Positive daran ist, dass auch alle Entwickler und Entwicklerinnen von Erweiterung diese Icons nutzen können und so das Ganze nahtlos zu den vorhandenen Symbolen ins Backend integrieren können. Sehen wir uns die Icons kurz im Detail an. Wie du siehst, gibt es jetzt für die verschiedenen Aktionen wieder neue Icons. Das heißt, die Kind-Elemente oder auch das Duplizieren oder das Verschieben haben eben neue Icons bekommen. Egal ob Du hier im Bereich von Zurück neu mehrere bearbeiten bei den Filtern, auch die Icons bei den Siems und bei der Dateiverwaltung wurden entsprechend angepasst, so musst Du eben jetzt Dich einmal an die neuen Icons gewöhnen. Kurzer Hinweis noch am Rande, die Icons werden nicht auf die Contao 5.3 zurückportiert. Das heißt, wenn Du LTS-Versionen einsetzt, dann wird Dich wohl diese neue Icon-Welt erst mit der nächsten LTS-Version 5.7 erwarten. Eine weitere großartige Neuerung ist die Einführung eines verbesserten Spam-Schutzes. Die neue Lösung lautet Alcha und ist eine Open-Source-Lösung. Dank der großartigen Vorbereitung von Marco Kupic konnte die Anti-Spam-Lösung nun schnell in Contao integriert werden. Die Lösung ist datenschutzkonform und findet komplett auf dem eigenen Server statt. Das heißt, jetzt werden keine Daten an dritte Dienste oder auch Cookies gesetzt. Mehr über die ganze Lösung findest Du auch bei Alcha.org. Die Integration gestaltet sich genauso einfach wie bisher. Du startest Deinen Formulargenerator, deaktivierst zunächst die alte Sicherheitsfrage, legst dann ein neues Feld an vom Typ Alcha Anti-Spam, gibst dann einen Namen und kannst hier gewisse Konfigurationen anpassen. Und ab sofort ist die Anti-Spam-Lösung von Alcha in Deinem Formular integriert. Die Barrierefreiheit wurde ebenfalls verbessert und so kannst Du nun beim Modul-Navigationsmenü eine eigene Bezeichnung für den ARIA-Label hinterlegen. Du kannst also jetzt die Änderung vornehmen, ohne manuell Deine Templates anpassen zu müssen. Kommen wir nun noch zu zwei Funktionen, die eher für Entwickler interessant sind. Zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit, die Template-Attribute einfach zu überschreiben. Das heißt, es lässt sich jetzt die sogenannte Atter-Funktion auch nutzen, um Template-Attribute hinzuzufügen. Des Weiteren gibt es nun eine spezielle Get-Current-Page-Funktion, die die alte Globals-Object-Page ersetzt. Also wenn Du zum Beispiel die Seiten-ID ausgelesen hast über die Object-Page, dann kannst Du ab sofort hier den Page-Finder verwenden. Neben den genannten Verbesserungen gibt es auch noch zahlreiche kleine Verbesserungen, die jetzt nicht unbedingt auffallen. So hast Du ab sofort zum Beispiel einen Support für TinyMCE Version 7. Außerdem nutzt das Backend das Turbo-Framework, was das Backend nochmal deutlich schneller machen sollte. Ich wünsche Dir nun viel Spaß mit der neuen Contao-Version und würde mich freuen, wenn Du beim nächsten Video wieder einschaltest.